Er ist sexy und toll, er ist voll Rock'n'Roll, ja, er ist der Til Schweiger der Sozen. Nuschelig. Er ist mega im Trend, so bei 20 Prozent zählt man die beiden Länder zusammen. Er ist süß und charmant, zählt die Wähler ab an eine Hand. Eins, zwei, drei. Sigmar Gabriel, keiner will ihn wählen, doch er checkt's nicht und zerkleckt nicht. Ein Kanzlerkandidat, den leider keiner mag, rumge Eier, nicht so flott wie Dreier. Komm on Gabi, let's go party. EDK sagt Danke Gabi. Uh oh, uh oh. Wer den Panzer bezahlt, das ist ihm scheichegal und auf TTIP-Protest schimpft er Bienen. Kanzlerkandidat, das ist ihm scheichert, das ist ihm scheichert, das ist ihm scheichert. Na gut. Na gut. Na gut. Ta guackert. Na gut. Ja jut. Ja. Vielen Dank.